hallo leute heute unboxen wir den ue boom 2 und verlieren wir nicht so viele worte packen wir mal aus die verpackung finde ich sehr innovativ so wir machen den wir auf hier haben wir die box und danach zum zubehör usb kabel das netzteil und das war es eigentlich schon probieren wir ihn mal aus schalten wir ihn erstmal an mal auf voller lautstelle gleich und so und 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 ja ok ja das ist die boom 2 und wie es schlägt im review erfährt ihr im nächsten video tschüss